das ist einfach rein da in die Masse in den Nachladen aufstehen so macht das Band einfach eine Waffe mit vielen Schoß und dann die ganze Zeit dann aufbauen so wie der da hängt das wieder richtig geht nicht mehr raus komm fang zurück in eurer Wand und ihr seid tot die 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 ich komme um die Ecke durch die Tüte und die Granate Ist ja dann auch eigentlich ganz logisch, dass ich tot bin, ne? Ich will die mit dem vielen Schuss wieder haben, wo ist das? Bravo 6, hier vorweg. Da, da war's. Bereits zum Vordring. Over. Lunge mal noch. Verstanden. Vorwärts und Position an der Biegung halten. Over. Roger, unterwegs. Ja, ja, das machen die Anderen. Ich hab' mir kümmerdgekommen. Hier müsste doch schon mal abballern. Warum bist du ja nicht tot? Oh, ich hab' mir ne Waffe gefunden. Yeah. Nicht mal in Schafsitzung. Bäm. Die Waffe ist einfach nur cool. Mann, die... Mann, die nimmt mir nicht... Hallo? Die müssen mich nicht mein Kanonenfutter wegnehmen. so uns der Mann nicht der ist auch nicht gut, das haben wir sehr viele Schüsse daneben Mann, ich verballert viel zu viel Schuss, ich will hier runter ich muss die Waffe nochmal wechseln Moment, ich muss nachladen und viel zu lange für diese Mission hier lag da eine Raketenwaffe, oder nicht? Hallo? Raketenwerfer Als ob, ey, ich stand doch weit genug von dieser scheiß Granate weg, ey Boah Was ist so fucking worden, ey Halt deinen Maul Und du auch Bereit! Ziel erfasst! Feuer! Wer beballert mich? Ich steh ja nicht so schön hoch, aber der sieht mich natürlich so schön hoch, ne? Bäm So Ich bin nicht alle seht, ey Mann, ihr seid Computer, ihr könnt mich nicht sehen Boah, ich kann ja nicht durch diese Treffer so verziehen Was ist denn da? Wenn ich mich umdrehe und in die andere Richtung gucke... Ich spiele diesen Ding ins Teil Und so zufälligerweise alles noch findet So, hier ist jetzt keiner mehr Kann ich schon von außen gehen So Hier ist auch keiner mehr Oh, doch, da kommt... Ja, toll, schön. Jetzt hab ich den Lachswaffe. Die hier. Halt die Klappe. Ha! Das ist unmöglich. Die sterben einfach nicht. Die haben einfach keinen Respekt. Oh, ich kann nicht anstellen, hier rüberzukommen, ey. Drin dieses Haus ist noch stark, oder? Oh, Granato. Granato. Ähm, nachladen. Schießt ihn noch ab, man. Und den da oben lech mit. Und den da auch. Hu! 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 Oh, ich dacht die Schülze, Gegner. Boah, du Arschloch. Hu! Geil. Ich hab in dem das war jetzt gut hab Baller gleichzeitig